Die Höfmann Sommerferienlager 2023 in Italien sind zu Ende. In allen hinter uns liegenden fünf Feriencamps haben wir eine ganz besondere Zeit erlebt. Jeder für sich und alle zusammen. Ziemlich cool, also relativ entspannt bis jetzt. Wir sind alle das erste Mal dabei, aber ich finde es auch richtig cool hier. Man hat viele neue Leute kennengelernt. Neue Mädchen und so. Emotionen und Gemeinschaft. Also läuft gut, sage ich. Spaß und Freundschaft. Ganz besonderen Dank dir. Hans ist ein ganz cooler Typ. Man kann gut mit ihm reden und er erzählt viel aus seinem Leben. Sehr persönlich alles. Sehr, sehr gut. Gemeinsame Momente und gemeinsam unterwegs. In Monte Cassino. In Pompeji. Auf der Sonneninsel Capri. Und in der ewigen Stadt Rom. Das war sensationell. Wir sagen danke. Schön, dass du dabei warst.